Herzlich Willkommen, mein Name ist Michael Schuler, ich bin Zauberkünstler und am 20. September 2019 gibt es die magische Nacht der Möbelmeile auf der Gumbendorfer Straße und ich bin um 19 Uhr bei Köse Badkultur. Ja, was Sie sehen können ist als kleines Beispiel ein Test für Sie sehr praktisch, um festzustellen, ob Ihr Geldschein echt ist. Nehmen Sie den, falten den, was Sie benötigen, ist ein Bleistift, der kommt hier hinein. Übrigens, wenn Sie es zu Hause nachmachen, wichtig festhalten und nehmen Sie 100 Euro, ist einfach viel lustiger. Was Sie machen ist folgendes, Sie legen den Stift hier hinein und mit ein bisschen Glück, wenn der Geldschein echt ist, dann schminkt es nämlich der Stift durchs Papier und so reißt es dabei. Zum Glück auch nicht.